Noch drei Runden. Okay, Kai, du liegst auf Platz eins. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Du bist gerade die Runde gefahren. Sehr gut. Du fährst ein blitzsauberes Rennen. Letzte Runde. Du liegst in Führung. Du hast es. Du bist gerade die Runde gefahren. Der Zweitplatzierte liegt nur fünf Sekunden zurück. Mach keine Fehler. Der Zweitplatzierte. Du bist gerade die Runde. 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 Bis zum nächsten Mal.